Deutschland ist das Land alter Burgen und Schlösser. Expertenschätzungen zufolge gibt es rund 25.000 Burgen, Schlösser und Ruinen in Deutschland. Viele gehören sogar zum Weltkulturerbe der UNESCO. Wir stellen euch fünf echte Highlights vor. 1. Schloss Neuschwanstein Schloss Neuschwanstein ist mit Abstand das wohl berühmteste Schloss in Deutschland und lockt jährlich rund 1,5 Millionen Besucher an. Das Märchenschloss thront auf einem Berg und ist umgeben von dichtem Wald. Schon von Weitem sind die verspielten blauen Türmchen und Zinnen zu erspähen. Besonderes Highlight im Inneren, eine künstlich erschaffene Tropfsteinhöhle. 2. Burg Hohenzollern Die Burg Hohenzollern befindet sich auf einem 855 Meter hohen Berg, von dem man einen tollen Ausblick auf das umliegende Tal hat. Ihr heutiges Aussehen mit den spitzen Türmen entstand unter Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV., der die Anlage nach Jahrhunderten des Verfalls wieder aufbauen ließ. 3. Burg Els Die märchenhafte Burg Els ist eine der wenigen Burgen, die niemals erobert oder zerstört wurden. Das Kastell steht auf einer steilen Felskuppe mitten im Elztal und begeistert mit den vielen kleinen Rapunzeltürmchen. 4. Schloss Moritzburg Das Schloss Moritzburg nahe Dresden liegt auf einer künstlich angelegenen Insel und ist von einem See und einer Parklandschaft umgeben. Bekannt ist das Barockschloss vor allem für seinen Auftritt in dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. 5. Schloss Lichtenstein Das Schloss Lichtenstein im Landkreis Reutlingen wird nicht selten als Märchen Schloss Lichtensteins bezeichnet. Das Schloss thront auf einer Höhe von 817 Metern und ist nur über eine lange Holzbrücke zu erreichen.